Persönliches Gespräch hatte ich jetzt nicht groß, aber er spricht natürlich mit den Spielern. Das hat man gesehen auf dem Platz und das ist sehr wichtig für die jungen Spieler auch, wenn der Trainer mit den Spielern spricht. Von dem her ist es schon so, dass wir auch die Wärme ein bisschen spüren vom Trainer. Von dem her denke ich schon, dass er mit vielen Spielern auch spricht, über Taktik und über viele Sachen. Das gefällt mir auch sehr. Es ist sicher mehr spezifisch auf die Taktik und auf die Technik. Das ist das, was wir wollen natürlich. Der Ball muss bei uns sein. Von dem her ist es das Wichtigste, dass wir den Ball meistens wollen und müssen haben. Und ich denke, das ist das Wichtigste, dass wir das genau umsetzen wollen und müssen, was der Trainer möchte. Es war eine gute Begegnung. Ich denke, wichtig ist, dass er natürlich mit seinem Staff die Mannschaft kennenlernt. Wir Spieler, die den Staff kennenlernen. Und das Wichtige ist natürlich, probieren, das umzusetzen, was der Trainer möchte. Man hat schon gesehen, dass er noch sehr gut dabei ist und auch oft mitmacht. Und das finde ich natürlich auch sehr gut, dass wenn ein Trainer selber auch ein bisschen mitmacht. Und ein bisschen der Staff natürlich auch mitmacht und hilft. Und ja, also das Training gefällt mir sehr. Ich habe mir ganz dimensioniert, dass wir ein bisschen mehr Interessiert machen können Ich habe das Training immer employee damit, weil ich es darum eine gut recuper UAV行 hat, Und den einfachen Ban Diaz ge調ивается für Möglichkeiten Also wäre es das ein Leben. Am DUradoo waren vielleicht nicht wirklich? Untertitelung des ZDF, 2020